Hallo ihr Lieben, ja da habt ihr schon meinen Scherzbeut im Hintergrund gehört. Ja und zwar gehört das hier theoretisch noch zum Adventskalender und zwar hat die Liebe Miss Fruchteis eine Kleinigkeit für meinen Mann in den Adventskalender getan und dann dachte ich mir, das kann er mal schön selber auspacken und wir tauschen gerade mal die Plätze und dann seht ihr mal die Hände von meinem Mann und hört den. Okay, sagen darf ich auch was, da freue ich mich ja schon mal wieder tierisch darauf, was auszupacken. Juhu. Steht ihr auch drauf, nur eine Kleinigkeit. Das ist vollkommen okay. Dresdner Essenz Formen, natürlich entspannend, wohltuend und mit Zedernöl. Juhu, da freue ich mich drauf, weil ich ja mal gleich erstmal testen in der Badewanne. Da wird doch Badewanne sein, ja. 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 Okay. Riecht mal wie das riecht jetzt. Mmh, riecht das toll. Wonah riecht das? Das bist du die Meinung besser. Wir tauschen wieder. Dankeschön erstmal Fruchteis. Ja. Das war mein Mann, okay. Und das riecht ja wie ein Männerparfüm. Riecht echt gut. Ja, und das passt, weil mein Mann wirklich gerne badet. Also, das würde er auf jeden Fall benutzen. Habt vielen Dank, meine Liebe. Ja, und das war jetzt mal so ein ganz kurzes Sondervideo außerhalb, beziehungsweise innerhalb des Adventskalenders. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dran und sagt Tschüss. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dran und sagt Tschüss. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dran und sagt Tschüss. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dran und sagt Tschüss. Vielen Dank.